Herzlich Willkommen bei uns auf dem Weingut Bechtel. Mein Name ist Matthias Bechtel, wir lernen uns kennen an der Live Degustation im Bühnach bei der Yvonne Fertig im Barock und ich zeige euch jetzt noch mein Weingut. In diesem ganzen Keller haben wir nie eine Staufe oder eine Rampen als Hindernis, dass wir möglichst schonend die ganzen Gebinde, die Hänge und Fässer von einem Klima ins andere verschieben, ohne dass wir sie pumpen müssen. Je nach Stadium, welches der Weingut ist, kommt ihr in das Klima, das ihr in diesem Moment gerade braucht. Wichtig ist auch der Lift, wo wir die Möglichkeit haben, die ganzen Tanks und Fässer über die Etage hoch zu befördern, sodass wir nachher der Gravitation wieder sehr schonend, ohne zu pumpen, durchabschaffen können. Hier sind wir in unserem Herzstück, in unserem Barrikeller mit perfekter Luftfeuchtigkeit. Hier haben wir auch einen von unseren Wein darunter, den wir degustieren können, unser Pinot Noir. Hier haben wir alle die kaltvolleren Weine drin, die Zeit brauchen, die perfektes Klima, ideale Bedingungen haben, um sich zu entwickeln. Unser Konzept ist auch bereits bestätigt worden von GOMIO, der uns aufgenommen hat zu den besten Weingüten der Schweiz. Und ich bin sehr gespannt und freue mich auf eure Feedbacks.